Willi, da stimmt irgendwas mit der Badewanne nicht. Vielleicht ist sie wieder mit Alf's Haaren verstopft. Ich habe ihm schon so oft gesagt, er soll sich absaugen, bevor er in die Wanne steigt. Nein, es liegt am Wasserhahn. Es kommt kein Wasser mehr raus. Wir haben offenbar das Wasser abgestellt. Hey, könnt ihr mal den Hahn zudrehen? Hier lässt der Druck nach. Sag mal, was genau machst du eigentlich da draußen? Das wird eine Überraschung. Eine Überraschung. Mit Ü, wie übel. Alf, was zum Teufel? Das Haar ist es rutschig. Na, was sagst du dazu? Ich kann es einfach nicht glauben. Willi treibt in der Lagune, die ich gebaut habe. Es ist ganz genauso wie auf Gilligan's Insel. Von jetzt an wird das Leben bei uns viel aufregender werden als früher. Siehst du, du bist jetzt schon viel aufgeregter. Was hältst du von deiner Bestattung auf hoher See? Vielleicht ist Aufregung für dich gar nicht gut? Jetzt sag uns nur eins. Warum hast du das gemacht? Das war Willis Idee. Was? Jetzt versuch ja nicht, dich da rauszuschlängeln. Du hast gesagt, wir bauen eine Lagune. Ich hab gesagt, vielleicht eine kleine Lagune, aber nicht das große Tenerife. Okay, okay, es war ein kleines Missverständnis. Es tut mir leid. Es war eben Baba. Was Baba? Ich will meinen Garten wieder so haben, wie er war. Aber ich will Bäume, die ich beschneiden kann und Gras, das ich mähen kann. Kein Wasser und keine Hüften. Und du, du bleibst hier draußen, bis alles in Ordnung ist, hab ich mich klar ausgedrückt. Bitte? Sprichst du mit mir?